Hallo, mein Name ist Cornelia Poletto. Ich bin seit über 20 Jahren Köchin und seit knapp drei Jahren Feinkosthändlerin. Mangelnde Hygiene in Restaurants und Supermärkten ist für mich ein absolutes No-Go. Hallo, mein Name ist Maja Weselmann. Ich bin die Inhaberin von EIScafé Eisklecks. Es macht mir große Freude, mit meinem selbstgemachten Eis andere Menschen glücklich zu machen. Verbraucher sollten endlich erfahren, welche Betriebe sauber und ehrlich arbeiten. Meine Kunden wollen wissen, ob bei der Eisherstellung immer sauber gearbeitet wird. Mein Name ist Mario Ziervogel. Wir sind hier bei Ziervogels Kult Curry und hier dreht sich alles um die Currywurst. Das Smiley-System ist für Kunden und Verbraucher eine super Sache. Davon profitieren alle. Es gibt keine bessere Werbung als ein lachendes Smiley an der Tür. Der Gast soll wissen, wie es in der Küche aussieht. Ich finde, das ist ihr gutes Recht. Daher unterstütze ich das Smiley-System. Liebe Kollegen, Sie auch? Liebe Kollegen, die Gastronomie und der Lebensmitteleinzelhandel würden vom Smiley-System nur profitieren. Ich unterstütze das Smiley-System. Sie auch, liebe Kollegen? Machen Sie mit unter www.smiley-offensive.de Machen Machen Untertitelung des ZDF, 2020